Herzlich Willkommen zurück zum Football Manager Heimspielzeit gegen Fortuna Köln. Das Spiel 3 zu 0 für uns. Es hat sich im Laufe der Saison der Woche noch nach der Verletzung von Marcel, letztes Mal Halper und Zimmer abgemeldet. Wir sind aber zum nächsten Spiel wieder da. Deswegen probieren wir es heute mit Zickert, David und Kruse. Und mit Conny Choms. Ist er auch gekommen. Erste gute Nachricht, das Bogenglas ist offen. Für jeden Spiel beste Saisonleistung auswärts. Ein bisschen bessere Abwehrleistung als das von Meppenbitte. Denn das war bei beiden Teilen desolat. Jetzt sind wir 1-1 in Zwickau. Und der Sieg gegen Lüben. 1-1 in Zwickau. Aber eigentlich gut gespielt. Chancen nicht genutzt. Starts wollte ich eigentlich aufgrund schlechter Leistung in letzter Zeit draußen lassen. Aber dann haben die Verletzungen es einfach zu ergeben. Das Siegert in die Mitte muss. Und dadurch durch Starts wieder spielen. Wir spielen gegen Meppen, gewinnen wir heute nichts. Wir spielen mit meinen geliehenen Außenspielern. Parker und Asusi. David. Und Tor. Eigentor. Das zählt nicht. Der macht einen Eigentor und das zählt nicht, wo dann gegen das Schuss. Eigentor. Das hat man bisher auch selten dieses Jahr, dass uns Tore abverkannt werden. Und das wird mir nicht angezeigt. Ich glaube, hier waren zu der Zeitpunkt gegen Meppen schon 4 Tore. Der Käpt'n in letzter Zeit wird viel Spielzeit. Das war kein Torwart-Fehler. Und das kommt auf kurzer Distanz. Das Spiel suggeriert, dass das ein Torwart-Fehler sein soll. Ich nicht. Was der mein. Naja, wie auch immer. Die Sympose fehlt nicht, aber gesperrt. Stand da auch gerade. Wer sieht, 16. Das Saisontor. Und wieder der übliche lange Ball, natürlich. Wieso spielt Wark den so auf Holthaus? Hoch durch einen eigenen Strafraum. Lager mich noch mehr, als dass der lange Ball durchgegangen ist. Das ist das Risiko, dass wir eingehen müssen. Aber... Die sind oder die da aus Lagen? Das geht mir gar nicht. Das sind ja echt gar keine Lagen. 3 gelbe Karten, oder? Das war ein Torwart-Fehler. Das war anscheinend doch ein Torwart-Fehler. Der hat nur eine 6. Mal hier. Und wieder reinklicken. Zwei Bildschirme, wenn ich am anderen Bildschirm bekomme, ist die Mose weg. Jetzt bin ich im Aufnahmprogramm, jetzt bin ich der Manager. Wie sieht das? 1.0 steht es. Mittelmäßig gute Leistung. Ich will nicht wechseln. Alle ausschimpfen, genau. Jetzt sind alle motiviert. Das ist mir jetzt gezeigt. Hoher Vollspanndinger, wenn man es ausgekloppt ist, ohne Not. Von Köln sind schlecht, meine Not sind auch schlecht. Und dribbelst du den Dahinparker? Das sollte ein Schuss sein von Zickert. Ne, Rogen spielt Köln schneller. Also ist die auch schlecht heute. Oder Kölner, weil wir haben von 10 Schüssen sieben so weit Schüsse. Das ist auch nicht für uns. Es scheint weiter unsicher zu sein. Wenn wir mal pressen, dann bitte ein bisschen eher. Ein schöner Parker war wichtig. Oh, der kommt sogar an. Sogar sagen wir, was ist das für ein Scheißball? Boah. Super gespielt. Super vergeigt. Parker ist noch nicht kein Kopfballspieler. Naja. Trotzdem, ne, schöne Kopfballschlank. Da kann man auch mal haben, weil das kommt. Ich wechsle ich jetzt. Ich habe eigentlich kaum Optionen, muss ich sagen. In Zentralen habe ich eigentlich niemanden. Soll ich beide nicht in die Mitte ziehen? Parker kann das. Die Mamba geht auf den Flügel. Was spielt dafür heute aus. Weiter geht's. Das wird auch schon ewig nicht mehr gespielt. Die Mamba hat auch auf BRC das 1.0 1.1 in Zwickau vorbereitet. Ich weiß nicht, ob der Ren heute unsicher ist, nervös, was auch immer. Oh, völlig frei vom Tor. Über das Stadiondach. Oh, völlig frei vom Tor. Über das Stadiondach. Ich denke mal gleich werden die offensiver werden. Ich bin jetzt mal Marcelo als Einwechser schnell auswechseln durfte. Also hier jetzt mal Ambar-Bunnel. Na perfekt. Der Baden ist ja so schwierig, den kann ich ja nicht rausnehmen. Das lassen wir nochmal an. Und 81% ne, dann macht er mal weiter. Das ist meine Konter-Taktik. Heute nicht vorgefertigt, war prima. Ne, lieber Manipa steichern. So. Jetzt stehe ich Sanese vor. Zickerts Position. Wir bringen Matovila oder ich bringe Chinechen. Ich bringe diesmal Matovila. Wir werden jetzt stürmen. Und jetzt kontert. Leute, Überzahl. Die Mamba läuft gar nicht aufs Tor. Und jetzt klick quer. Oder mach ihn rein. Perfekt. Super gekontert. Sensationell. Das ist natürlich ein offener Konter. So muss man kontern. Mamba verletzt, aber macht ihn trotzdem. Sehr schön. Und raus. Einstürmer zu Ende. Jetzt sehen wir wohl Arbeitssieg, Pflichtsieg, hier auch immer. Sehr schön. 2 zu 0. Man macht sich länger aus, in meinem Sturm habe ich genug Spieler, aber trotzdem sind wir doof. Ja, Konkurrenz gespielt, Braunschweig hat gewonnen. Lautern spielt erst noch. 60 und Ahlen, scheinen beide gewonnen, wenn ich mir die Punktzahlen angucke. Ne, Ahlen hat nicht gewonnen. Dann haben wir zwei Punkte vor Platz 4, bei den neun ausstehenden Spielen. 4 bis 5 Wochen, er könnte nochmal eingreifen. Ein bisschen. Glaube, ich mag gerne überhaupt. Ja, Susi auch, aber die werden mich nicht resten können. Achso, das Spiel gegen Almuth, wie es verlegt, wegen Länderspiel. Ich habe Länderspielabstellung und habe es verlegt, natürlich. Da ist Testspieler gegen WM23 abgesagt und spielt es gegen Borussia Dortmund. Nächste Folge kommt an der KSC zu uns. Ich habe noch was getan, ich habe gar nicht geguckt. So, Jagenloff hat mir die Schuld gegeben, dass er nicht spielt. Dass er nicht zur Nationalmannschaft berufen wurde. Weil er bei mir so selten spielt. Ansonsten gab es eigentlich nichts. Natürlich Weidlich hat sich verletzt. Marcel hat sich verletzt. Ein Zimmer hat sich verletzt. Alpha, die sind aber alle wieder fit zum Spiel gegen Karlsruhe. Jetzt wollen wir jetzt mal eine gute Verteidigung für gegen Freistöße, denn das habe ich. Freekick Defending Football Manager 2019 Denn das haben wir in letzter Zeit wirklich ganz, ganz schlecht gemacht. Auf der Seite, Guide to FM, Defending Set Piece ist so. Jetzt brauchen wir jetzt mal eine gute Verteidigung. Eigentlich haben wir schon eine, aber jetzt geht es vor allem um die indirekten Freistöße. Mit direkten stehen wir ganz gut. Ähm, wo war das Taktik? Standard Situation, Freistöße. Indirekt. Vor allem aus der Tiefe. Darf ich eine Mauer bilden. Also der eigentliche Stürmer bleibt immer vorne. Also der eigentliche Stürmer bleibt immer vorne. Ich würde sagen, wir müssen zwei Leute mal in die Mauer schicken. Die Innenverteidiger sollten eine Manndeckung machen. Großen Spieler decken. Manndeckung. Die Außenpartner Liga sollten eigentlich auch gutes Deckungspotenzial haben. Die machen auch Manndeckung. Wir gucken uns mal Zonendeckung an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt ist es über das hintere Zentrum bei uns eingeschlagen. Namenlose Variante. So, legen wir doch mal was. Indirekt außen. Das ist direkt kleine Schlussschluss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wir kommen nach D-M wie ich aber auch einen Platz in den D-M. Untertitelung des ZDF, 2020 Einer will die Mauer hier Und wir machen es mal weiter Und wir machen es jetzt gar keine Standardsituation, dass wir ein normales verteidigen Und wir können auf jeden Fall zu viele Dore in die Richtung freistöße Wichtig war, dass wir jetzt mal wieder 2-0 gewinnen zu Hause Und so schwerere Spiele gewinnen Standard und ein Konter muss auch mal sein, dass man so gewinnt Oh, kein dreckiger Sieg war sich hochverdient Köln hatte den einen Ball, den wir 2-0 machen, das hat die so eine endliche Situation, wo sie es vergeigt haben Ich bin auch für so eine Konter als Mamba-Yalla Denkt man mir was gegen Freistöße zu überlegen, das werde ich dann auch so bien machen Test gegen Dortmund sollte da nicht so sehr ins Gewicht fangen BeideX, 2020 BeideX, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht überlege ich es mir noch, wenn er wirklich zu einem ablöten Ei da bleibt, dann kann er ein bisschen Mentor man für nächstes Jahr. Dann gewinnt er natürlich gegen Unterhaching, wenig überraschend. Dann bleibt das oben noch ein Dreikampf. Bis zum nächsten Mal, wie du siehst, gegen Karlsruhe. Hier haben wir den Geistreitgegner. Bei der Sonne. Schrecklich. 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 Und dass Dortmund richtig gut ist, brauchen wir, denke ich mal, nicht zeigen, mit jedem klar sein. Vielen Dank. Wie stehen hier eigentlich in der Bundesliga? Ich weiß, wahrscheinlich hinter Bayern. Überraschung. Gut, Gott, bitte. Schön, vier bis fünf Wochen da auch noch. Vier bis sieben Wochen... Okay. Die darf ich übrigens nicht fit spritzen, weil die geliehen sind, das geht nicht. Beim schnellen Täuschungsmanöver. Schnell. Tim Kruse. Die Wunder hat sich verletzt. Eigentlich ist mein Kader sehr groß. Ich bin dabei, dass ich ganz schön viele Dauer verletzt habe und alle im Mittelfeld. hier eigentlich schon wieder. Dortmund wird natürlich zu uns ganz corrupt kommen, weil die meisten noch Länderspielreise sein werden. Da können sie eigentlich mal die Zufriedenheit insgesamt angucken. ob sich irgendwas in der Reputation getan hat. Aber du kannst richtig unzufrieden sein. Wieso trotzdem die Häuser? Ach, der Nese war gut. Wir wirken ja schon mal wie ein Aufstiegskandidat. Da sollten uns gar nicht zu sehr mittragen. Da sind wir schon mal abgestürzt. Neu. Ah, hier gibt es sogar einzelne Punkte. Das ist ja interessant. Das wird aber Chancenverschwendung. Hier wird doch eher frustriert sein, wie die Abwehr sich verhalten hat. So wie ein solch hinterhaltsam Fußball gesehen ist. So wie ein solch hinterhaltsam Fußball gesehen ist. Weil wir das nicht haben. Ja. Da sind wir begeistert von Maric... Ich bin machte Geld für einen Spieler rauszuschlagen, das im Vertrag nicht mehr lange lief, ja, Transfersumme 0 Euro, das ist natürlich sinnvoller Geld rauszuschlagen. Naja, wenn Marksteins Abgang das größte Minus ist, dann habe ich wirklich mal gute Chancen. Jetzt in der Situation gucken wir uns mal immer nicht an, das wird uns schlecht. Schlechter laufen, da hätten sie vielleicht den Daten an alles reingestellt. Da sind so die negativen Punkte, als das in Folge ist. Wir sind jetzt schon im Minus und werden wohl weiter ins Minus fahren. Nach der Länderspielpause aber englische Woche durch das Spiel gegen Aalen. Unsere Konkurrenz wird glaube ich in der Zeit spielen. Das müsste eigentlich so sein. Ich weiß nicht wieviel Teams noch Länderspielabfühlen sind. Lautang hat bestimmt auch Abstellungen, könnte ich mir vorstellen. 60 spielt, Braunschweig spielt. Lautang spielt auch. Wir haben auch noch Pause bis Sonntag, das ist ja gut. Das ist schlecht, dass wir danach am Mittwoch schon wieder gegen Aalen wandeln. Dafür haben wir ja einen breiten Kader. Da wird sich gerade ein bisschen ausdünnt. Jetzt darf ich doch mal wieder auf die Taki mit den drei Stürmern zurückgreifen. Denn da haben wir noch genug Leute da. Jetzt bin du. Vladimir Djerovich. Nie gehört. Das Länderspiel kriegen wir noch rein, wenn jetzt nicht eine halbe Stunde simuliert wird. Vielleicht gucken wir uns aber auch nur die Highlights nach. Wir haben hier einen Tor vorbereitet. David hat keine großen Akzente gesetzt. Ein bisschen hat uns jetzt auch die Kreativität gefehlt. Das ist auch normal, wenn die Kreativspieler alle ausfallen. Aber eigentlich sind Halfer und dann sind wir jetzt wieder da. Wir machen mal kein Briefing. Wenn wieder Alkader fehlt. Palette oder Länderspielreise. 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 Nach dem Kreativ. Ausatmener. Nach dem Kreativspiel. Wie er sieht, trainiert in letzter Zeit überragend. Seinen Vertrag verlängert und trifft und trifft und trifft, also ich kann mich nicht beschweren. 16 Tore. Ja, Marcinkowski, dem muss ich am Saisonende auch noch mal ein bisschen Zeit geben, genau wie Geisler. Niemand hat schlecht trainiert, schon mal schön. Schön, dass du gut trainiert hast, ich kann ja auch mal proben. Eins wollte ich noch mal gucken. Und zwar als Spielerversprechen, aber ich weiß nicht, ob ich darüber was gegeben habe. Aber es interessiert mich manchmal mit Geschwätzchen von gestern. Wenn ein Spieler ankommt und sagt hier, du hast versprochen, dass ich mehr spielen darf, dann sage ich ja. Du hast von Frau Nutz bessere Leistung bringst. Hier hat Matovila gespielt. Lieder. Das ist schon mal nicht schlecht. Einsätze nach Rückkehr vor Verletzung. Mal gibt es noch zwei Saisons ein bisschen länger Zeit, dass wir aufsteigen. Stimmt habe ich mir auch versprochen. Einmal in der Rückrunde, wenn er mal spielt, dann zeigt er gute Leistung. Nur als Vorlagengeber oder Torschützer. Aber aufgrund des Überein gewollt im Sturmspieter halt selbst. Der Berger Beklausung ist derzeit ganz raus. Der Vertrag ist nicht verlängert. Ich kenne ihm nicht mehr, weil auch nur ein halbes Jahr da ist. Der jetzt nicht so den Mehrwert zu den anderen Stürmern liefert. Es gibt wieder die mittlerweile schon legendären Disneys Choco Crunch. Gab es glaube ich schon beim 16 an der Spray zu Beginn. Ein paar Konstanten erinnern sich gut. Ein paar Konstanten erinnern sich gut. Ich freue mich, dass ich einen guten Trainer bin. Ich wünsche den Erfolg. Da müssen wir uns gar nicht nur die Konstanten nehmen. Da müssen wir uns keine Konstanten erinnern. Also wenn wir uns etwas erinnern sollten. Das sind die Konstanten. Ich wollte aber die Kontra-Takle jetzt mal wieder von Beginn an durchziehen und gucken wie Dortmund spielt, wenn der die U19 auffüllt, weil die kaum Leute haben und schon mal für Sie, wenn die mit der halben Startkapelle kommt, schon mal für Sie. Ich wollte hier noch nicht guter gehen. Vielleicht müssen wir dann, wenn Dortmund in Führung gehen sollte. Dann brauchen Sie Ihre Taktikbrücke. Auch klar. Dann haben wir mal. Damit ist ihr Glück. Append an。 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Baude rechts aufstellen. Ich könnte es auch lassen. Und dann muss Bark spielen. Das wird zernischt. Irgendwer nicht fit. Alle fit. Kann dann gut tauschen. Wenn ich alle hier aufstelle, die hier noch fehlen, dann die fit sind, dann übrigt sich sowieso der meiste. Ich hoffe, dann kann ich mit vier Torhütern spielen. Ja. Andererweise die Keeper. Fahrort und Stravoditsch. Let's go. Marius Wolf. Max-Germian Philipp. Paco Alcacer, Sebastian Wodl. Da gut. Schon gut, dass wir Defensiv spielen. Warum haben die Bredlo gekauft? Das war eine unangenehme Überraschung. Gucken wir mal die Vorbereitung weiter an. Das ist Defensiv. Wenn wir jetzt reingeschalten werden, dann passiert etwas wichtigeres. Was schon anders. Bei den sonstigen Pflichtspielen, die zweite Mannschaft war anders, der spielt dann meistens Autor oder Wabodic oder Spielmar Maric. Eigentlich wäre es schon kurz die Nummer 2 in Spielpraxiszeit, ich weiß nicht warum für mich immer die Nummer 3 oder 4 ist Tor. Warum haben die Bredel von Nürnberg eigentlich gekauft? Und warum spielte der Feuerwehr bei Halle, ich dachte das war der von Kiel, das war ein Kronheim, ich wollte lieber eine machen. Und Wagen drückt ihn über die Linie 1-0. Lob die mal, mal gucken ob das so springt. Irgendweiß, wer bist denn du? Die haben kaum Wabysitz, das kann ich überraschen. Die haben Weiß und die haben hier. Jürgen Schwermann, Julian Schwermann. Jetzt hatten wir ein paar, die nicht so gut reinpassen in den Kader ansonsten. Starke Mannschaft. Das ist auch mal bei Dortmund. Das ist schön geholt, wenn das läuft, dann machst du das. Schade. Ich habe mich stark gezickelt, aber wenn es kippt, dann da durch ist. Aber manche ziehen wir ein bisschen an der Geschwindigkeit. Und dort ist es eigentlich relativ schnell. Ja, ist stark, technisch stark, aber ist langsam. Und lange läuft eiskalt. Mit gut trifft. Schön nachgesetzt von Geissner. Super gemacht von Geissner herangelaufen. Sensationell. Ich kann ihn nicht festhalten. Ich bin nicht bestraft. Abgehend von Weiß. Schwermann sind das alle Spieler, die uns individuell ein bisschen eine Klasse überlegen. Ja, Vredelow vielleicht nicht, aber der hat es. Schwermann und Weiß fängt eine Klasse unter uns. Wredelow eine Klasse besser. Eine Klasse gleich kurz. Warum gibt es jetzt Strafstoß, bin ich klar. Ja, weil da wir drittlich sind, haben wir übrigens den Videoassistenten, den ich hier implementiert habe, noch nicht erlebt. Dann können wir nochmal gegenfahren. Ansonsten sind die halt alle in der Klasse besser. Und berechtigter 1 Meter für Dortmund. Es wächst sich alle aus. Es bläuft ziemlich gut. Wir müssen sich einfach hier gut die Rotation anwerfen. Die Gasen haben sich verdient, dass es so weitergeht. Die 2. der 3. Liga führt gegen die 2. der 1. Liga. Die haben auch in der Bank kommt da nichts mehr nach, wird offen. Das ist Björn Amethoff. Bayhanger. Das ist meine Chance, wenn die wechseln müssen, dann wird es immer besser für uns. Latte. Nach Ecken machen wir heute gute Chancen. Und schade. Ich dachte, der pfeift jetzt hier. Gibt rote, gelb, rot. Gibt rote, die gelb, rote Garde. Gibt rote, die gelb, rote Garde. Aber wir holen die schlechte Wortspielkasse. Die Knechtel machen auf die 6 und rote man in die Innenverteidigung. Kosti für Geisner. Und nach Standardfläuf. Mark-Paul-Germann. 3-0, 3-1. Ohne Rückrunde mit wenig Einsatzzeiten. sehr schön da dort man im grunde jetzt mal schlechter wechselt da müssen wir mal Chancen haben ich habe es noch nicht ausgewechselt war Germann ins Zimmer ich habe ja keine Leute mehr am draußen machen wir weiter ich bin vorsichtiger das Messer tut es Langlärm hier steht der Kanku Flanken wir schlagen tatsächlich den BVB in dem Testspiel 3 zu 1 sehr gut die haben nicht unbedingt mit der zweiten Mannschaft gespielt richtig gut sehr schön machen wir jetzt mal Schluss beim nächsten Mal fangen wir direkt gegen Karlsruhe an ich gucke nochmal ob ich eine defensive Verteidigungstaktik finde für Freistöße aus der indirekten Position und simuliere bis zum Karlsruhe Vielen Dank fürs Zusehen Tschüss so